hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play bmg drive wir haben heute mal eine halbwegs neue mod und zwar haben wir haben die dodge charger mod 86 96 und 70 jahre dodge charger und ja die mod wurde geupdatet deswegen haben wir sie heute mal wieder drin dann nix unten in der video beschreibung und ich weiß gar nicht was wirklich neues es gibt viel weniger varianten habe ich gesehen wenn wir mal reinschauen haben wir nur fünf das ist die rt 96 aber ich mag die charte war eine lange zeit mein lieblings classic muscle car aber mittlerweile ist also seit einigen jahren ist das eigentlich der 70er deutsch challenger den markt ein bisschen mehr der chart ist auch ziemlich geil und natürlich absolut geplant gewesen daran zu fahren so soll man immer ein bisschen auf geschwindigkeit bringen damit noch ein bisschen noch mehr geschwindigkeit zu crashen rückwärts 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 rum gefällt sich nicht ganz so einfach hier vielleicht auch nicht der siegen zeit folgen es gibt mir egal was ich tue aber sobald das heck einmal rauskommt keine chance weil es heraus ist weg ist und da hat uns absolut die bimg zwei mal bescheid mich absolut zerstört ich wäre gerade wenn rechts kein spiegel das ist ein wenig spiel aber kein naja jetzt sind wir gar kein spiel mehr haben nachdem wir hier doch dann noch spiegel alles gut noch verkehrssicher so wenn ich noch ein bisschen mehr gegen im one town dann wenn es eben noch nicht gereicht hat und ein abrupter stoppt nicht mal zur seite abgefährt aber da abgestoßen man nicht einfach einfach gestoppt fährt es auch nicht mehr gar nichts mehr passiert da haben wir eine antenne kann ich vielleicht näher an hallo so dass der perfekte kamera richtig oder so kann man super sehen kein problem zukünftiger kam was ich übernehmen die für speed warum muss es sein ist seine frechheit geben wir uns vielleicht mal ein paar andere waren zum beispiel 70 jährige variante da haben wir die klapplichter können der schilder denn uns machen und wir haben seiten wenn es geht sind auch neu ja damals wurden die autos noch häufiger abgängelt also mittlerweile das ist alle 34 jahre wie meist noch der schiller ist in meinen heißen messern aber sonst damals damals war es schon extrem dass ich wirklich jedes jahr haben sich sachen verändert mit den autos hier fast wieder bullet sowie der arme gefahrt nicht wirklich sobald das heck bei dem raus ist dann war es das der 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 mag es nicht der mag es nicht gedürftet zu werden leider so kommt schon oh gott jetzt wird es ganz schlimm werden auch auf dem eis natürlich noch weniger chance ich wollte mich umdrehen das war alles geplant hier würde ich mal gucken wie viel grip hast du denn wenigstens auf einem drag auf einer drag oberfläche so mal schauen wie viel glück hatte hier ohne mal launchen selbst wenn ich klatschkicker vergessen schalten dass wenn ich klatschkicker gibt es einen kleinen bernhard aber nur ganz kurzen dann hat er wieder voll grip und ich muss nicht gegen lenken aber hier auf normaler oberfläche keine chance dass der da nicht crash so etwa okay wenn wir mal die die jüngere variante die 68er nach der macht die rf 100 nascar homologation das hört sich doch ganz interessant an so da haben wir noch die runden hecklichter beim 68er die lichter sollten vorne fest sein die kommen auch schon raus okay das ding ist unkontrollierbar unglaublich erinnert mich an den alten bauleid wo er der alte bauleid glaube ich noch schlimmer hier rüber aber das ding hier absolut am durchdrehen die ganze zeit im wahrsten des wortes antenne haben wir kurz gerammt man mal den sprung da hinten nehmen mit der schanzer lichter an können wir blinken und hoch dass wir weit knall drauf ok minimal minimal auch entwicklung wo es war ein dampf glaube ich dass man kein rauch und linke aus motor schon schrott wissen was da passiert ist aber motor hat sich entschieden zu sterben ok nämlich nehme ich an so dann haben wir natürlich noch die general die variante glaube ich selbst erklärt auf völlige reifen haben wir drauf und dadurch versucht zusammen zu halten keine chance absolut keine chance das ding zusammen zu halten das ist wirklich echt vorsichtig fahren ganz sätze soweit werden zweitengang schaltet durch kommt absoluter wheelspin reifen drehen durch durchdrehen reifen ich habe das deutsche wort vergessen jetzt auch schon dritter gang 135 keine chance keine chance also der für sich also miserabel und ich weiß nicht ob der echte sich auch recht so miserabel vor ich habe das team hat einfach nur ein bisschen zu unfertig keine ahnung also immer noch eine coole mod nur bezweifelt dass er sich so schlecht hat fahren lassen aber ich gebe schon ziemlich viel gas ich weiß nicht was wer weiß damit immer die verfahren variante aus bin so nascar homologation special das wir haben an der mutter nämlich so wahrscheinlich haben wir anstatt einer wahrscheinlich sehen 383 cubic inch thema 440 gb ins dass wir durften noch mehr durchdrehen wenn wir noch mehr ps haben der ist sogar ziviler interessanterweise der mag ganz mehr das war so am limit das wollte ich fünf sekunden lang komplett am limit auf der wagen ausbricht oder nicht das war auf messers schneide wie man so gerne sagt so hier um aufprall sprung nach ein aufprall wisst ihr wenn das hier das nascar homologation special ist da wollen wir den noch mal ein bisschen geschwindigkeit bringen oder man steht hier nur hier mit wenig kamera zu crashen auch wenn es trotzdem sehr schmerz das wir haben wir hier einen kreis oder gab es ein kreis keine wahl ich bin jetzt im falschen schalten wo das das ist auch egal nein 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 so schöner fetter burnout und los geht's mal schauen wie schnell wir werden hier haben im deutschland ich habe ziemlich komisch ausgesprochen aber egal so 150 rutschen ziemlich weit runter aber schon kriegen oder 180 auch wir sind am ende unseres ganges okay wenn vielleicht die nascar motor aber nicht die nascar getriebe hier drin ja und wenn sie sich finden kommt dann im limiter dann können wir mal rausfliegen und mit 169 kammer nice absolut rein bremser mal jetzt geht's so rum die linkseite ist jetzt ziemlich hoch rechte seite so ein bisschen niedriger geführt oder es sieht nur so aus bin ich mir auch nicht sicher aber schön ich glaube das hier müssen wir gar nicht probieren oder eigentlich müssen wir das echt nicht probieren das wird auf jeden fall nur schlecht das gehen das kann ich nicht garantieren aber wenn es trotzdem einmal absolut keine chance dass wir die kurve da kriegen absolut keine chance vor allem mit wheels bin ok wir kriegen die kurve kurve ok kommt danke sie kriegen aber nicht aber rutscht sogar raus verdammt einfach zu schnell weggerutscht ich weiß nicht ob wir da wieder ein bisschen wheels von hatten und deswegen es weggerutscht ist aber egal dann liegt es wie immer in der beschreibung wenn ihr einen wunsch habt für die auch morgen die folge schreibt mir unten in die kommentare und ich bin euch bei den zuschauen zu können bis zum nächsten mal auf der gcd tschau oh 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 Bis zum nächsten Mal.